Diese Feuerzeugkamera besticht mit einer komplett unsichtbaren Linse. Im Vergleich zu anderen Modellen, in denen sich ein Loch im Gehäuse befindet, gibt es hier kein Loch, die Linse ist nicht zu sehen. Auch der Einschalter ist komplett unsichtbar. Drückt man diesen, startet das Gerät, drückt man ihn erneut, beginnt eine Videoaufnahme. Wir sehen jetzt das Beispielvideo zur Feuerzeugkamera. Sie können diese Kamera auf www.alarm.de erwerben.